Die Musikwelt hat sich entschieden, dass wir ein bisschen eine Rubrik machen, wo auch leichtere Stücke für eng zum Anleeren sind. Die Rubrik heißt die Leichten und da habe ich einen ganzen lieben Kollegen aus Salzburg, der Grosper Fischbacher ist das, und der hat auch ein super Heft geschrieben, das ist das da dann, weil ja viele Anfragen sind wegen Griffschriftnoten. Den könnt ihr kontaktieren, wir blenden das dann ein, seine Homepage und da könnt ihr es entweder einzeln kaufen oder das ganze Hefterl. Er hat verschiedene Sachen, ganz viele Sachen hat er da, dass er ein bisschen schmöckern. Und jetzt gehen wir es an mit der Rubrik die Leichten und mit dem Bankerltanz. Und jetzt gehen wir es an mit der Rubrik die Leichten und mit dem Bankerltanz. Und jetzt gehen wir es an mit der Rubrik die Leichten und mit dem Bankerltanz. Und jetzt gehen wir es an mit der Rubrik die Leichten und mit dem Bankerltanz. Und jetzt gehen wir es an mit der Rubrik die Leichten und mit dem Bankerltanz. Vielen Dank.